Musik Hallo, hier ist MovieSeeker! Als Fanskalender 2021, Türchen Nummer 16. Ich mache nochmal wieder Deep Space Nine, weil es ja mein Adventskalender und ich mache Deep Space Nine so gerne. Da hat mir eine Folge nicht gereicht, ich empfehle euch einfach noch eine, die aber diesmal tonal völlig anders ist als die Folge im letzten Türchen, die ich gemacht habe. Und zwar diesmal aus Staffel 5. Ich habe sie immer noch nicht aus dem Regal geflödet, aber Mrs. MovieSeeker ist so nett und holt ihr mal kurz ein bisschen näher. Vielen Dank. Es geht um Staffel 5 und die Episode heißt in Deutschen im fahlen Mondlicht, was eine gute Besetzung ist, denn Mention heißt sie in The Pale Moonlight. Und die Folge... Rapture wolltest du da? Ja, Entschuldigung, das ist die Episode vom letzten Jahr. Macht nichts. Ich mache einfach weiter. Also die Folge ist auch aus Staffel 5, ist aber nicht in The Pale Moonlight. Wenn ihr die sehen wollt, schaut euch irgendein Türchen aus dem letzten Adventskalender an, müsst ihr ein bisschen gucken, ich weiß gar nicht mal aus dem Kopf welche das war. Oder gleich die Folge. Ja, oder gleich die Folge ist großartig in The Pale Moonlight. Ich möchte aber eine andere Folge empfehlen, die ich nicht minder gelungen finde, die aber thematisch ganz woanders ist. Die heißt Rapture, auf Deutsch Verzückung. Ist tatsächlich auch, finde ich, ganz gut übersetzt. Und zwar geht es darum, dass etwas weitergeführt wird, was ich in DS9 seit den frühen Staffeln sehr schätzen gelernt habe, nämlich der Plot um Bajor und Bajors reichhaltige Kultur und die Propheten und Bajors Religiosität und Captain Sisko's Platz darin, denn er ist ja seit Anfang der See, und das ist auch kein Spoiler, der Botschafter, also sozusagen der Botschafter der Propheten. Zudem haben die Bajorane ihn erklärt, nachdem er mit den Aliens-Propheten, die im Wurmloch bei DS9 leben, ein Zusammentreffen hatte. Ja, und nun geht es in Rapture nach mehreren Folgen Pause endlich mal wieder um den Bajor-Plot, denn Captain Sisko hat komische Träume und entdeckt tatsächlich aufgrund dieser Träume im Untergrund von Bajor die Ruinen einer alten Stadt namens Bahala, die er archäologisch-mäßig ausgräbt und deren Geheimnisse ergründen will. Und das hängt zusammen, auf ziemlich coole Art, mit einem Plot, in dem es darum geht, dass Bajor ja seit Staffel 1 in die Föderation aufgenommen werden soll und das soll tatsächlich auch in dieser Folge endlich passieren, aber gleichzeitig bekommt Sisko dunkle Umen bezüglich der Zukunft auf seiner Suche nach Bahala und das bringt diese ganze Sache mit Bajor und der Föderation in Gefahr, gefährdet die Verhandlungen und diese Folge ist wirklich klasse. Sie ist sehr spirituell, sie ist sehr gut gespielt von Avril Brooks als Captain Sisko und es gibt sehr viele coole Referenzen an die Kultur von Bajor und das Verhältnis Bajor-Föderation wird auch schön ausgeleuchtet. Bei aller Dramatik entbehrt die Serie aber auch nicht einer gewissen Komik, denn es gibt eine sehr schöne Szene, wo Jadzia Dex, die Wissenschaftsoffizierin, eine Stähle, eine Säule mit Schriftzeichen übersetzt und an der Stelle sagt, hm, ich bin mir nicht ganz sicher, mein alt Bajoran ist nicht so gut, aber aufgrund dieser Prophezeiung werden die Bajoraner entweder fürchterlich leiden oder etwas essen. Also jetzt mal angenommen den generellen Ton der Prophezeiung nehme ich an eher das Erste. Also ein bisschen trotten lakotischen Witz gibt es auch noch und ja, wer D.S. Nein mag, für den ist das ganz klar, diese Folge lohnt sich, wie auch der Rest der Serie für mich, aber wer D.S. Nein nicht kennt, der sollte mit dieser Episode vielleicht nicht unbedingt starten, aber es ist eine sehr schöne Episode, wenn man sich in den ersten ein, zwei Staffeln schon ein bisschen mit dem Szenario und Bajor beschäftigt hat, dann vertieft das die ganze Sache sehr schön und ich empfehle es einfach mal hier auch, wenn es keine gute Startfolge ist, weil ich diese Episode so gelungen finde und das mache ich einfach, wenn es für meinen Adventskalender und da rede ich dann über D.S. Nein, so viel ich will. Aber wie gesagt, das ist jetzt das letzte Mal D.S. Nein für Adventskalender 2021, also nächstes Mal kommt wieder was anderes und bis dahin sage ich alles Gute und natürlich keep ausgrabing! 的 Juli Gute Untertitelung des ZDF, 2020